So, Runde 2. Yes. Mewtwo? Jetzt schon? Wer war noch neu? Ne, erstmal nur Mewtwo. Der war cool. Der war scheiße. Mewtwo war damals scheiße. Haben Sie das Moveset anders gemacht? Es ist fast genau dasselbe. Ich fand Mewtwo gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Der flucht so leicht raus, das war mal das Ding. Weil er halt, das stand ja auch immer dabei, dass er nur schwebt auf dem Boden sehr leicht rausfliegt. Einfachste Physik, ne? Ja, aber trotzdem, weiß ich nicht. War noch zu langsam, aber hier ist er schnell, hier gefällt er mir schon besser. Weil Pomelov fliegt ja auch schnell raus und können ja auch. Ja, Pomelov ist ja sowieso scheiße. Ja. Außer Runde und B. Kann man nur treffen können. Ja. Hier hat Rokarien nachher besser gefangen, weil er schneller braucht. Eier, das war auch so. Das ist hier. Oh. Okay. Oh, Slow Mo. Was ist das denn? Mein Körper. Okay. Alter. Nein. Nein. Ah, du. Verdammt ey, was war das? Einer hab ich mir gerissen, ne? Nein. Mich hast du, ach so. Doch, du auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das Fleisch angriff? Nein. Ich mach das halt, dass das wieder hoch war. Shit. So wie das. So wie das. Was ist das? Lecker Auto. Lecker Auto. Lecker Auto. Oh. Oh. Hey. Gute Quantität. Gute Quantität. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Hahahaha. Doppel K.O. TÜRBO! Shit, ich hier einen abweißen. Shit! Kacke ey, Millimeter! Oh, ernsthaft? Toll. Oh shit! Was kann der eigentlich? Ja, ich glaub so einen komischen Mega-Psycho-Ball. Nein! What? Was kann der eigentlich? Toll. Überall wo Farben ist das Schaden. Das ist immer richtig gut. Ja. Oh, gut! Oh, was? Was? Das geht mal an Timo. Wohl. Wohl. Ja, das ist echt, das ist... Timo muss sich immer mit der Spitze treffen. Und man macht ja immer am meisten Schaden der Spitze. ARB war's genau. Ui Timo! Was? Warum hab ich das nicht weitergemacht? Warum hab ich das nicht weitergemacht? Das war's.